Ich hätte noch ein Spiel, 10 Rapper Lines erraten. Komm schon, auf geht's. Sollen wir das noch hinten als Auto machen, oder? Ja klar. Also Freunde, zweites Spiel heute, komm ins Café. Second game ist Rapper Lines erraten. Um und hinter der Kamera, erklärt einmal ganz kurz. So, Rapper Lines erraten. Ich lese euch eine Line vor, gebe euch daraufhin drei Alternativen. Wer als erstes klatscht, darf raten. Ist die Antwort falsch, darf der andere nachlegen. Und kann punkten auf jeden Fall. Und kann nachpunkten oder es bleibt dabei. Okay. Also wenn ich falsch antworte, kriegt der Gegner diese roten Buttons hier. Nein, wenn du falsch antwortest, darf... Gib mal Faust, Bruder. Aber Gold, ich schuldige. Wenn du falsch antwortest, darf er dann raten. Ah ja. Und wenn er falsch antwortet, dann ist einfach zu. Richtig. Tamam. So, wir fangen jetzt an. Wir rufen einfach rein, ne? Nein, klatschen. Ah, sorry. Und dann denkst du. Wieder typisch, Digga. Mercedes-Benz, Super Mario Vibes, Sommer oder Winter im Barrio Schneids. Ich darf... Darfst du nicht vorlesen jetzt? Ich darf jetzt nicht mal vorlesen. Es gibt eigentlich drei Antwortmöglichkeiten, die ich dir vorlesen habe. Scheiße, Allah. Ich habe Fehler gemacht. Sag du. Nee, nee, du kannst doch raten jetzt. Kann ich jetzt schon sagen? Du kannst trotzdem raten. Ich glaube, Olex, Allah. Leider nicht. Das ist Barrio. Weißt du? WM. A. Lano. B. Khalil. C. Olex ist es nicht. Lest nochmal vor. Mercedes-Benz, Super Mario Vibes, Sommer oder Winter im Barrio Schneids. Also es bleibt A. Lano. Khalil. Nee. Khalil. Richtig. Safe. Lano hätte noch ein bisschen mehr Filme geschoben. Richtig. 1 auf Leon. Korrekt. Nächstes. Blablabla. Seh mal hin, weil ich immer noch der Täter bin. Handschuhfach Ballermann. Das bin ich der Hongseller. Das war mein erster Partner. Richtig. Du Maroc, man. 1-1. Blablabla. Mati Guantanamo Bay. Sie wollen mich wie Saddam zählen. Tschüss, Dicke. Sadiq. Leider nicht. Nein. Ich hätte auch direkt Sadiq gesagt. Guantanamo. Das ist meine Welt, Allah. Ich war für mich safe. Ich bin dabei Pala zu zählen. Rubine, Kristalle, Juwelen. Rollstuhl. A. Play 6-9. B. Sipo. C. Kollegah. Kollege. Schon mal nicht. Sag noch mal. Marty Guantanamo Bay. Guantanamo Bay. Guantanamo. Guantanamo Bay. Sie wollen mich wie Saddam Hussein. Ich bin dabei Pala zu zählen. Rubine, Kristalle, Juwelen. Sie wollen mich wie Saddam Hussein. Play 6-9. Sipo. Sipo. Falsch. Play, wa? Krass. Ja. Krass. Hätte jetzt Sipo gesagt. Ich habe das nicht gehört, aber... Okay. Viertens. Wie viele Lines gibt es denn insgesamt? Insgesamt gibt es zehn. Okay. Vier. Ich schaue rein, meine Mama ist am weinen, denn sie holt uns Eis, doch sich selbst holt sie einen Scheiß. Boah, ich weiß. Sag mir den Namen. B. Apache. C. Siegel. Ich... Warum Klasse? Ja. 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 Apache, oder? Ja. Richtig. Dicke. Okay. Ich hab grad richtig behindert geschaltet. Ich hätte einfach klatschen müssen, Dicke. So. Fünftens. Lamborghini lenkend, damals nicht zu essen, nicht auf Didi-Level, doch ich bin ne... Doch, ich bin ne Living Legend. A. Savas. B. Flair. C. Farid. Du. Kannst du mal die Line verlesen? Er klatscht einfach. Ja, Farid, ganz klar Lamborghini, der kleine, der mag doch sowas. Richtig. Farid Gangbang, seine Wörter. Welcher Song war das? Keine Ahnung, auf jeden Fall ist Farid da. Genki-Dama. Aber der neue Song. Das ist neue jetzt, ne? Ach die Scheiße. Auch ein geiler Song übrigens. Okay, ich glaub in der nächsten Folge können wir auch irgendwas machen mit, wenn du den Song noch errätst, kriegst du irgendwie noch einen Special-Punkt oder so. Glaub ich wär auch geil, ne? Aber 2-1 für mich jetzt. Richtig. Okay, gut. Mach's extra, wa? Nee, Bruder. Ich bin schlecht, bei Lines bin ich echt schlecht. Okay. Der ist bisschen... Ich sag mal kurz. Eiskalt, wie sie guckt, rauche Kusch. P.A. Sports, Kianos oder Jamul? Jamul. Richtig. Ja. Kapuzitiv, wenn ich am Joint dran ziehe, damit der Kopf nix sieht. Ist auf jeden Fall ein Junkie, aber. A. Kapital, B. Luciano, C. Ufo. Luciano. Richtig. Kapuzitiv. Kapuzitiv! Acht. Life is a bitch, doch die Schlampe ist in mich verliebt. A. Nein, 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 den kenn ich. Kenne ich. Shindi. Ja, Alter. Shindi-Fan, Luciano-Fan. Stark. Safe. Starke Jungs so. Okay. Ey, wenn sie Streit suchen, fliegen Bleikugeln, scharf so wie Tainu. Boah, das hat schon mal gehört. Geil. A. Kollegah. B. Play. C. Hannibal. A. Kollegah. FFM, Bruder. Sorry, Hannibal. Sorry, Hannibal. Wie viel steht es eigentlich? 5-1. 3-1. Du hast gewonnen. Aber es geht jetzt die letzte... Um R jetzt. Um R jetzt. Um R. Letzte Line jetzt. Geht um vier Punkte. 10. Fiktas Sozialamt. Der Motor hat Durst vom roten Ferrari. A. Sag mir einen Namen. Irgendwann hab ich das schon mal gehört. A-Z-Memar. Haft. Fahrik Beng. Ha-haft. Du Spiele Geht an Leon. Ja man. Aber das erste Spiel. Vergesst nicht was für ein Sport freund ich war in der ersten Runde. Ja,стр.. Also sagen wir jetzt ohne Entsch Traungs rental. Insgesamt einfach ohne Entsch Trauge. Ich war das einfach wenn dich alleine bist. Hauptsache wir haben Spaß! Das ist das.